Kinova Setline V6, das neue modulare Einstellgerät aus dem Hause Kelch für höchste Ansprüche an Präzision, Ergonomie und Bedienkomfort. Die völlig neu konzipierte und FEM-optimierte Konstruktion aus hochwertigem Sphäroguss bringt größtmögliche Stabilität und Präzision, auch bei Einsatz in rauen Umgebungen. Das modulare Konzept erlaubt sehr viele Ausbaustufen, genau so wie Sie es benötigen. Ob komplett manuell oder sogar voll CNC, mit einem Messweg im Durchmesser von 430 mm und in der Länge bis zu 1000 mm sind die meisten Mess- und Einstellaufgaben abgedeckt. Durch den Einsatz der modularen Präzisionsspindel können Werkzeuge mit allen verschiedenen Kegelarten kraftbetätigt mit bis zu 25 kN gespannt und dadurch wiederholgenau gemessen werden. In der Voll-CNC-Variante des Kinova Setline V6 können alle drei Achsen spielend einfach sowohl manuell als auch durch einen Joystick verfahren werden. Fit für Industrie 4.0 bedeutet für Sie eine vollständige Integration in Ihre Fertigung. Vollautomatische Messabläufe, selbst bei komplexen Werkzeugen, sorgen für prozesssichere und bedienerunabhängige Messergebnisse. Das patentierte System Modetec ist das weltweit einzige System, die die mit einem 100% prozesssichere System zum automatischen Erkennen des Spindeleinsatzes. Vertrauen Sie auf die langjährige Erfahrung, die bewährten Geräte und den Service aus dem Hause Kelch und besuchen Sie uns in einem unserer Showrooms für eine persönliche Vorstellung unserer Produkte und Leistungen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!